Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemaier, Paterapeut, Beziehungspsychologe und vieles mehr in Hamburg, Berlin oder in der Nähe von München, diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und auch Freundschaften und heute haben wir das zeitlose Thema, die Agonie von freundschaftlichen Dreierbeziehungen, ihr kennt ja mein Mantra, keine Dreiecke, aber es gibt ja immer wieder neue faszinierende Varianten, wo man es nochmal wieder anwenden kann, es tut sie immer wieder was Neues auf und ja, heute haben wir auch hier so ein Beispiel, es gibt aber vorab, es gibt einen Coach, endlich, ihr wolltet ihn unbedingt, Fliegenpilz24, groß geschrieben in einem Wort, gibt dir 24% auf praktisch all meine Kurse, Sessions, E-Mail Coachings, whatever und auch den neuen Bindungsängstlerkurs für Hardcore-Bindungsängstler, heftige Bindungsängstler und genau, findest du alles auf Liebe Chip, .de und wer noch in meiner Ausbildung einsteigen will, der geht ja der Partei los, man kann auch diesen Einzelteil dann noch nachschieben, wenn man will, kann sich auch gerne bei mir melden, findest du alles auf Liebe Chip.de. Gut, ja, dann gehen wir mal in diese nice E-Mail rein und könnt ihr mir auch gerne mal ein Feedback geben, ich habe ein neues Mikro-System hier, kann man schon fast sagen, ob das gut, ob das einen guten Sound macht, da freue ich mich auch über ein kleines Feedback. So, jetzt muss ich mal mal gucken. Gut, also hallo Christian, hier meine Frage. Mein Mann und ich sind Ende 40 und sind schon viele, viele über 20 Jahre zusammen und glücklich miteinander, bis auf eine neue Seltsamkeit. Ja, also es kann auch mal nach vielen Jahren Problem auftauchen, man verändert sich ja und auch nach vielen Jahren sieht man noch neue Teile des Partners und ja. Wir hatten vor 20 Jahren eine gemeinsame Freundin, die wir beide sehr gern hatten und die auch in unsere Hochzeit involviert war. Wenn ihr in eure Hochzeit involviert war, dann sollte man jetzt, ich sage das mal gleich, weil wir gleich sehen, warum, sollte man meinen, dass die euch beiden loyal zu euch beiden ist, weil die hat ja eine nämlich die Rolle übernommen und ja, also dann sollte man denken, aber gut, was man über Menschen denkt und was dann wirklich mit dem Menschen ist, sind natürlich fünf Paar Schuhe, aber man darf zu Recht annehmen, dass es eine gewisse Loyalität zu euch beiden gibt, natürlich so, ne? Ja. Genau, man wünscht sich ja auch Menschen, die einen supporten in meiner Beziehung und ja. So, von heute auf morgen, äh, tauchte sie nach Usbekistan unter und war nicht mehr erreichbar. Null Kontakt von ihrer Seite aus. Was ja schon ungewöhnlich ist, ne? Aber gut, man weiß ja nie, was Menschen so tun, ne? Vielleicht hat sie da eine, äh, keine Ahnung, äh, usbekische Tauchschule eröffnet oder man weiß es nicht, was Menschen tun, ne? Ja, ähm, genau. One eternity later. So, äh, so, äh, so, nun nach, äh, vielen, 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 vielen Jahren, ähm, kontaktierte sie plötzlich meinen Mann und traf sich mit ihm. Wo sie erstmal aus, komischerweise aus Usbekistan, wie er da ist, just saying, aber ist ja auch schon erstaunlich, äh, okay. Gut. Äh, so, äh, sie erzählte ihm im Vertrauen, dass sie von Anfang an in ihn verliebt gewesen sei, dass er mir das aber nicht erzählen sollte. Ja, ich vermute mal, dass diese Frau auch, dass du gedacht hast, dass es auch deine Freundin ist. Du weißt jetzt, es ist nicht deine Freundin. Es ist einfach irgendein Mensch, der irgendeinen Kram macht und, äh, ja, wie Menschen halt so sind und es ist nicht deine Freundin. Und, ähm, ja, es gibt ja auch, wird ja mal viel, äh, auf Männer rumgeschlagen, aber ich kann auch sagen, viele Frauen sind fucking illoyal. Wirklich, das ist, ähm, auch in Freundschaften. Frauenfreundschaften könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das seht oder ihr habt bestimmt auch schon was erlebt dazu. Dann denkt man, man ist best buddies und hintenrum hat man schon das Messer am Rücken sitzen und nicht schön. So, ähm, gut. Er sagte, dass er vorher mir keine Geheimnisse habe und ich habe mit dieser Sache auch kein Problem, denn ich bin nicht eifersüchtig und fühle mich mit ihm sicher. Erstmal super gehändelt von einem Mann, richtig gut. Ähm, was mich dagegen schmerzt, ist die Tatsache, dass ich aktuell aus diesem neuen Kontext, Kontakt komplett ausgeschlossen werde, als gäbe es mich gar nicht, denn sie hat absolut kein Interesse an mir und klammert meine Existenz völlig aus. Nett. Nett. Und dass er die damalige Freundschaft zu mir offensichtlich nur vorgetäuscht hat und eigentlich nur Interesse an meinem Mann hatte und immer noch hat, ja, das ist, glaube ich, eine naheliegende Interpretation. Ähm, und sich jetzt auch alleine mit ihm in Verbindung setzt. Fühlt sich wie eine Spaltung an. Das ist eine Spaltung. Überraschung. Mein Mann sagt mir, dass man auch alleine mit anderen befreundet sein kann. Ja, jetzt wird es langsam interessant. Äh, und dass es ja kein Problem sei, wenn ich damit nicht klarkomme. Ich, aber ich finde es mir gegenüber respektlos und unhöflich so zu tun, als gäbe es mich nicht. Ja, auch, ich kann auch sagen, ich möchte gern mit der, sorry, jetzt nichts gegen den Beruf, aber ich möchte mit der Prostituierten von so und so befreundet sein. Hast du damit ein Problem irgendwie, ne? Oder ich wäre gern, äh, mit dieser Frau von der Sexhotline befreundet, äh, also ich übertreibe jetzt mal, ne? Oder, ähm, ja, also natürlich kann man immer alles machen, aber es ist halt, äh, muss man halt mit den Konsequenzen leben, dass der Partner auf die Barrikaden geht, so, ne? Und sagt, ey, was soll das? Und, also natürlich kann man mit, äh, das Thema hatten wir neulich auch schon mal, natürlich kann man mit dem Wesen des anderen Geschlechts oder, wenn man schwul ist, auch, äh, mit gleichem Geschlecht, äh, befreundet sein. Soll man auch, darf man auch. Aber befreundet sein heißt für mich, hey, wir könnten uns problemlos zu dritt treffen und es wäre überhaupt kein Problem. Was das hier auch nicht sagen sollte, aber es ist ein Problem. Und nicht nur deine Freunde macht es so ein Problem, dein Mann macht es auch so ein fucking Problem. So, ne? Äh, der, wenn der sagt, ähm, ja, also, es ist dein Problem, es ist dein Problem, ey. Was habe ich damit zu tun? Es ist, äh, ja, äh, dann wird es natürlich auch zu seinem Problem, weil du natürlich deine, äh, DIN A2 Standards und Deal Breaker Liste auspacken sollst, sondern solltest sagen, sorry, sorry but not sorry. So geht's nicht, irgendwie, ne? Ähm, also, interessant. Also, warum diese Wendung da jetzt so kommt, kann ich dir natürlich überhaupt nicht sagen. Also, ich habe keine Ahnung, was mit deinem Mann da los ist. Vielleicht ist da unglücklich, vielleicht langweilig, vielleicht in einer Midlife-Crisis. Ich habe keine Idee, aber, ja. Ähm, so, jedenfalls ist dann plötzlich negativ und unangenehm Energie in unserem System und ich fühle mich als Störenfried. Ja, ist so diese klassische, äh, also, ist schon Freud, hat ja gesagt, Dreierbeziehungen sind scheiße. Also, ist jetzt total, total auf übertrieben und beziehungsweise sind, äh, braucht man eine gewisse psychische, ist ja dieses ganze Thema, äh, wie heißt das noch hier, ähm, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Über die Parler-Konflikte und ich weiß nicht, was, also, Dreierbeziehung, habe mal so einen Film gesehen über Drillinge, das war ein einziges Chaos, was sich immer zwei gegen einen verbindet haben und, äh, gut, es ist, Dreierbeziehungen sind immer ein schwieriges Thema, es ist für uns eine hohe psychische Leistung oder eine Vierer, also überhaupt in Gruppen, das hinzukriegen. Ähm, aber will man dich nicht in so einem Setting mit Dealen, so und mit, so, also, naja. Es wäre anders für mich, wenn ich respektiert oder zumindest wahrgenommen fühlen würde. Ja, und das ist dein gutes Recht, ne? Dann wäre es okay für mich, wenn sie sich ohne mich treffen würden. Wie gesagt, dann, äh, sollte da man sagen, hey, also, ich finde dich ja schon sehr loyal, äh, sehr liberal, echt nett, äh, aber dann sollte es auch sein, hey, ja, wollen wir uns mal zu dritt treffen und dann treffen wir uns mal zu zweit, ist es okay für dich und dann hättest du auch kein Problem damit und dann wärst du immer noch sehr unkompliziert, sag ich mal so, ne? Äh, mein Mann sagt, wenn ich daraus ein Problem machen würde, würde er mir in Zukunft nichts mehr erzählen und gar nichts für sich behalten. Ja, jetzt wird noch die Peitsche rausgeholt, wenn du nicht spurst, kannst mal sehen, wo du bleibst. Also, bei sowas würde ich ja, aber ich war früher auch nicht so, so, ich würde, da würde ich ja meine Füße im Boden rammen und würde sagen, ey, mach was, no fucking way, nicht mit mir, ey. Also, äh, da würde ich echt sagen, äh, das wäre für mich schon nah am, am Deal-Raker, würde ich sagen, ja, ich kann auch deinen Koffer schon mal runterholen und du kannst gerne schon mal anfangen zu packen, aber ich bin total krass, also, ich sag jetzt nicht, dass ihr das auch so machen sollt, aber, ähm, hat das Leben mich leider gemacht, so, ähm, ich wette, da würde ich echt sagen, ne, also, vor allem, er verdreht ist ja jetzt auch noch, als wenn du, du jetzt, äh, du jetzt die Schwierige bist, du bist die Zicke, das ist ja totaler Quatsch, also zumindest so, wenn es so ist wie in dieser Mail, so, ne. Ähm, also, ich könnte auch, wenn ich mich so verhalten würde, andersrum gesagt, könnte ich auch verstehen, also, könnte ich, würde ich völlig verstehen, wenn meine Freundin sagen würde, so geht's nicht und wenn ich dann da weitermachen würde, würde ich auch, wüsste ich, würde ich akzeptieren, dass gleich meine Beziehung auseinanderfliegt und, ja, da muss dann mal eben damit klarkommen, ne, wenn er auch sie so hot findet und, ähm, ja, und, äh, also, wenn jemand sagt, er ist in einen verliebt und der Partner trifft sich mit dem, dass, also, dass das jetzt eine Unruhe stiftet, ich meine, da muss man jetzt nicht Raketentechnik studiert haben oder Atomphysik, ist nicht zu schwierig, würde ich jetzt mal sagen, ne, ähm, ich spüre, dass die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit und das Vertrauen das starke Fundament unserer Beziehung bröckelt und dass die Frau einen Keil zwischen uns treibt, äh, dein Mann treibt auch einen Keil zwischen euch, nicht nur, also, du wirst zugegebenermaßen, also, diese Situation sind übrigens sehr häufig, sag ich auch gleich, absolut nicht selten, äh, aber, ich muss ganz klar sagen, dass da zwei Leute geil zwischen euch jetzt, ja, treiben und, äh, ein blödes Spiel spielen so, ne, oh, man, nicht nett, also, das ist so dieser Fall, wenn der, jetzt mal andersrum wenn der Mann mit einem mit der besten Freundin betrügt und dann hat er es mal eigentlich von zwei Leuten betrogen, so, ne, und so weit weg würde es mir auch nicht vorkommen, ich will den jetzt nichts unterstellen, den beiden, aber, ja, äh, ich spüre, dass die Aufrichtigkeit, das ist doppelter Schmerz für mich, weil ich an meiner Wahrnehmung zweifle, ne, da gibt's keinen Grund zu, nicht das Gefühl, aber auf eine Täuschung reingefallen zu sein, ja, Menschen sind nicht immer, wie man denkt, das ist, kann man nur in Liebe annehmen und dann seine Schlüsse daraus ziehen, das ist, wie es ist, ne, bin ich das Problem, bin ich überempfindlich, ich sag da mal nix so, der Chat wird es richten, also der, die Kommentare drunter, äh, ist es unangemessen so zu fühlen, wenn eine vermeintlich gemeinsame Freundin nach so langer Zeit des Ghostings noch, nur noch mit einem Partner einer Beziehung Kontakt haben will und den alle komplett ignoriert und noch sagt, dass sie in ihn verliebt ist oder immer auf den Stand oder was auch immer, ist völlig normal, halt es aus, seid noch toleranter, ähm, ich hätte an ihrer Stelle den Anstand, ja, Mensch, viele Menschen haben keinen Anstand, es ist, es lohnt sich nicht mal darüber aufzuregen, es ist, also, es menschelt halt, man hat vielleicht, muss man ja auch sagen, vielleicht hat man selber auch mal totalen Blutzinn gebaut, es menschelt und was willst du dagegen machen, ey, ja, kannst du deine Konsequenzen rausziehen, so, ne, also, das Blöde ist, wenn dein Mann jetzt merkt, dass er mit sowas durchkommt, hast du da unter Umständen noch viel mehr Probleme, so, ne, also, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich deswegen jetzt gleich trennen muss, aber ich würde sagen, so geht's nicht, da müssen wir gleich eine Part-Therapie machen, äh, aber so geht's nicht weiter, also, ich würde, ich würde schon sagen, also, an deiner Stelle, aber es musst du wissen, wie gesagt, ich bin da krass, ich würde sagen, da kommen wir jetzt aber nicht weiter, so, ne, und würde auch versuchen, mich gar nicht drüber aufzuregen und einfach, äh, ja, so, äh, aber musst du wissen, ist deine Sache, kann ja für niemanden entscheiden und, ja, so eine Mail ist natürlich auch immer, es ist natürlich auch immer, jeder hat natürlich eine gefärbte Wahrnehmung, aber, ja, aber die Fakten sind natürlich schon, hm, jetzt weiß ich nicht, was gibt's in eurer Ehe noch, äh, weiß ich nicht, fühlt sich dann, also, natürlich, man kann in der Part-Therapie natürlich immer auch die andere Seite angucken, äh, fühlt sich der andere vielleicht zu kurz gekommen in der Beziehung und hat auch, hat auch ein Issue, hat auch ein Thema, wo du vielleicht irgendwas gemacht hast, aber das ändert, also, das kann man so in der E-Mail jetzt nicht ausbaldofern und das ändert auch nichts daran, dass jemand, dass einer fremd geht und der andere nicht so, ne, und dann ist erst mal der, der fremd geht, oder fremdfreundschaftet, kann man ja fast so, oder, ist ja, also, es ist so ein bisschen, könnte man überlegen, ist es nicht emotionales Fremdgehen, weil die Sache ist ja manchmal nicht, ob man mit jemandem Sex hat, sondern, was natürlich auch sehr unangenehm ist, äh, aber, ähm, also, wenn jemand sozusagen eine Intimität mit jemand hat, die die Paarbeziehung ausschließt, also, natürlich kann man mit seiner Freundin, äh, weiß ich nicht, mal lästern und, ja, mit seinem besten Kumpel mal, äh, weiß ich nicht, Sexstellungen durchsprechen, oder ich weiß es nicht, äh, also, natürlich muss man nicht alles mit dem Partner teilen, aber wenn sich da irgendwas Neues entwickelt und sozusagen so ein, ich sag mal, so ein Seitenfluss gegraben wird, zum Hauptfluss, dann ist es auch ohne Sexualität echt ein Problem, so, ne. Äh, so, hier hat er an ihrer Stelle den Anstand, die Partnerin meines Freundes wenigstens wahrzunehmen und keine Geheimnisse zwischen die beiden zu setzen, die zu Konflikten zwischen ihren führen können. Ja, deine Ehe ist dieser Frau ziemlich Latte, würde ich mal sagen. Ja, spinne ich, bin ich zu spießig, ach, müssen wir gar nichts mehr zu sagen. Danke für deine Einschätzung und ich wollte noch sagen, also, es war letztes Mal auf Twitch, war es wieder super lustig, vielleicht wart ihr da, ähm, ist ja immer so ein bisschen, äh, legerer da noch, ähm, und wir haben uns vorgegangen, ähm, ich glaube, nächsten Sonntag 20 Uhr, also immer Mittwochs und Sonntags 20 Uhr, wollen wir mal über Manifestationen sprechen oder ob wir eben was gemeinsam manifestieren können, finde ich eine ganz lustige Idee. Und, ähm, ja. Und dann gibt es ja, findest du auch unten in den Links, einen Discord-Server von Liebeschipf, so ein bisschen selbstverwaltet zum Austausch für euch. Und das habe ich auch, glaube ich, wirklich alles gesagt. Und wir werden uns bald wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.